Das Tübinger Unternehmen Mai Generalbau feiert in diesem Monat sein 20-jähriges Jubiläum. Für uns ein Anlass mit Geschäftsführer Achim Mai, über die aktuellen Herausforderungen im Bereich Bauen und Sanieren zu sprechen, aber auch über soziales Engagement in der Gesellschaft. Groß gefeiert wird das 20-jährige Firmenjubiläum nicht. Durch die Corona-Pandemie war die Planung eine ungewisse, daher wird lediglich firmenintern gefeiert. Sicherlich hätte es aber sehr groß gefeiert werden können, denn durch sein hohes gesellschaftliches Engagement ist Mai Generalbau in der Region sehr bekannt. Eine beliebte und wohl die bekannteste Kooperation des Unternehmens ist der Mai Generalbau Triathlon in Tübingen. Da kann dieses Jahr leider jetzt zum dritten Mal nicht stattfinden. Die vorherigen zwei Male, die waren unmittelbar, pandemiebedingt. Jetzt dieses Jahr hat es ein bisschen an der Vorlaufzeit gekrankt. Unser Mai Generalbau Triathlon, den wir als Titelsponsor unterstützen, eine tolle Veranstaltung mitten im Herzen der Stadt. Bei der letzten Veranstaltung rund 25.000 Zuschauer. Ein ganz vielschichtiger Wettbewerber oder eine Vielzahl von Wettbewerben, die über den Tag stattfinden in unterschiedlichen Klassen. Dann unterstützen wir die Liga-Teams vom Post-SV in Tübingen, ebenfalls in der Sportart Triathlon. Dann sind wir Partner von den Basketball Tigers, sind Förderer von dem 3-in-1 Bewegungspark in Tübingen und dazu kommen natürlich eine ganze Menge lokaler Sportvereine. Doch das ist noch nicht alles. Auch im kulturellen Bereich gibt es Unterstützung des Tübinger Unternehmens. Kulturell machen wir zum Beispiel in Tübingen das Erbe-Festival, was in der Panzerhalle stattfindet. Dieses Jahr zum dritten Mal sind wir da Partner. Dann sind wir Partner vom Marktplatz Open Air in Balingen und sind dieses Jahr auch Partner von der World Press-Fotoausstellung in der Stadthalle in Balingen. Sportliche und kulturelle Aktivitäten in der Region zu unterstützen, ist für Geschäftsführer Achim May nicht nur Marketing, sondern vor allem ein persönliches Anliegen. Dass es einfach ein ganz, ganz wichtiger Gegenpol zu anderen gesellschaftlichen Entwicklungen ist, wo es gilt, den zu unterstützen und das Gleiche gilt für die kulturellen Dinge. Einfach Stichwort Headdown Generation. Da finde ich wichtig, dass man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten ein bisschen dagegen hält und den Menschen hilft, Angebote zu schaffen, die da so noch ein bisschen klassisch das Ganze weiterführen. Achim May blickt auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. Das Unternehmen, das sich um Sanierungen von Versicherungsschäden, aber auch um Sanierung und Modernisierung von bestehenden Gebäuden und Neubauten kümmert, ist wie viele andere Unternehmen auch von den aktuellen Krisen betroffen. Neben der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg gehören dazu auch Lieferengpässe oder die Kraftstoffpreisentwicklung. Achim May setzt auf Flexibilität. Wir haben ein extrem flexibles und anpassungsfähiges Team. Wir sind es gewohnt, aus unserem Kerngeschäft mit diesen vorher genannten Massenelementarschäden heraus, sind wir es gewohnt, dass wir uns immer schnell auf neue Situationen einstellen müssen. Und so gelingt es auch mit den aktuellen Schwierigkeiten und Herausforderungen sehr gut, sich da anzupassen und sich auch im Zweifelsfall dann immer wieder neu zu erfinden und zu schauen, okay, wie gehen wir jetzt wieder mit der neuen Situation um. Für die Zukunft wünscht sich Achim May die Überwindung des Kriegs und auch der Corona-Pandemie. Für sein Unternehmen möchte er die eigene Erfolgsgeschichte fortschreiben, zusammen mit seinem Team, das für ihn maßgeblich für die positive Unternehmensentwicklung verantwortlich ist. una folle aus aus aus